So, der Raya Jones hatte die großartige Idee, die Schaltung umzudrehen, indem ich einfach über den Plus die Anode von 3,3 Volt nehme, da drauf ziehe, und jetzt haben wir genau die umgedrehten, gut, das heißt, wenn sie an sind, sind sie an, genau, und wenn sie eigentlich außer sein sollten, sind sie an, so rum, also Basti, du hast es gelöst, Meister, danke dir.